Chaos. Ja, also Chaos bei mir zu Hause auf gar keinen Fall. Also ich bin sehr, sehr ordentlich. Also bei mir ist wirklich alles sehr gut organisiert und auch geordnet. Chaos könnte bei mir höchstens entstehen, wenn ich irgendwie Termine habe, weil ich meistens irgendwie immer ein bisschen zu spät komme.